Ja, kommen sie, kommen sie! Äh, kostenlos alles! Alles kostenlos! Äh, nein, sie haben sich verhört. Ich meinte, nichts ist kostenlos. Aber jetzt sind sie schon hier, müssen sie was bestellen. Willkommen zurück zu Taverne, zum schwankenden, äh, kotzenen, zum schwankenden Lappen. Zum kotzenen Einhorn, liebe Leute, es geht weiter. Machen die eigentlich auch Kotzi weg? Ne, ne? Ey, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Ich vergesse das jetzt mal. Oh, warte, da war gerade irgendwas. Ach, die Lieferung ist unterwegs, Entschuldigung. So, ich gucke jetzt mal, ob ich die Stühle umsetzen kann, hier die Tische. Ich würde nämlich gerne den mal hier gerade wegpacken, so. Warte mal, und zwar... Wenn die Taverne auf ist, kann ich die einfach verschieben. Okay, das ist komisch. So. Ja, ich komme ja sofort, die blöde Lieferung. Das muss symmetrisch sein. Symmetrie. Vergess nie, mein Sohn. Symmetrie. Wisst ihr, woher das ist? Also, äh, zurück in die Zukunft. Disziplin. Du Null. So, okay. Du bist eine Null, McFly, wie dein Vater. Oh, danke, äh. Rektor, wie hieß er nochmal? Oh, ich habe es vergessen. Kannst du mir jemanden mal helfen? Ich bin ja hier live am Let's Play. Dann können die Leute mir ein bisschen, äh... Nein, ich interagiere nicht mit dem Let's Play. So, äh, hierhin würde ich sagen, so. Und die Kleinen kommen hier hoch. Skinner. Der hieß auch Skinner? Krass. Okay, sehr schön. Guck mal, so können wir arbeiten. So können wir arbeiten. Lass mal die einfach da stehen. Das ist halt ein bisschen größer. Okay, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Suppe. Ist noch Suppe da? Oh, ist denn noch Suppe da? Oh, ja. Das wäre doch wunderbar. Das ist klar. Okay, nochmal Wasser. Ich habe die Tafel schon ein paar Mal angeklickt. Da ist nichts mit Preise angleichen. Warum fragt das die Leute mich die ganze Zeit? Ne? Ich meine, es läuft ja auch. Ich kriege genug Kohle rein. Also, selbst wenn, wäre es mir egal. Ich würde sogar die Preise billiger machen. Na gut, okay. Vielleicht nicht billiger. Ich bin ja nicht wahnsinnig. So, jetzt machen wir mal hier die Verpflegung voll. Und wir müssen mal die Kellnerin wieder aktivieren, glaube ich. So, schön Geschirr spülen. Und Pause ist nicht drin. Auf keinen Fall. Okay. Suppen Ich will so einen neuen Tisch haben Ablegen, in dem Alles löschen Allbestellung, ah, guck mal Hast du es gesehen? Ganz genau Guck mal, jetzt weiß die nicht, was sie machen soll Ah, ne, die hat das da oben geholt Okay Kann ich das so machen Okay Ich weiß auch nicht Ich weiß halt nicht, was ich damit machen soll Weil ich kann die Leute verjagen, aber ich will denen ja auch helfen Ah, guck mal Ich hab den nie benutzt, ne Den Schmutz-View So, sehr schön Bestellung, ah, da hinten eine Wurst Kann man noch mal ein bisschen Bier Perfekt Nein Trägt den Sorgen Dann spricht das wieder rum Ach, das sind ihre Hütten Und da ist das Essen Und das kann man damit auch noch mal machen Okay Schnell Ach Bin ich die Suppen los geworden Ja, kommen sie, kommen sie Äh, kostenlos Alles, alles kostenlos Äh, nein, sie haben sich verhört Ich meinte, nichts ist kostenlos Aber jetzt sind sie schon hier Und müssen sie was bestellen Hä, funktioniert immer Oh nein, der war schon wieder auf dem Klo Oh Gott, das ging doch mal gut Ich würde gerne noch mal erkunden gehen Aber ich meine, ich hab jetzt hier die Pixies Die regeln ja Oh Gott Ich meine, im Ernst, oder? Ich kann doch mal Fleisch machen So, ich kann noch mal Fleisch machen Ne So, Wasser ist noch da Suppe ist da Bier ist da Würste sind da Und jetzt gehen wir mal erkunden Weil ich will noch ein bisschen was finden Sind das sechs? Ist ein drei Okay Äh, wir gehen mal da lang Oder wir gehen mal hier in den Wald Eilbestellung Oh, guck mal mit den Fenstern Das ist schon ziemlich süß Ist schon ziemlich Also ich muss sagen Es wird immer entspannter tatsächlich Als stressig Was ist denn die Eilbestellung? Zwei Bier Und Fleisch Ah, toll Der Rest schaffen die von selbst So, jetzt gehen wir los Blümchen Bäumchen Okay, das ist ein Feuer Okay, leck mich am Arsch Äh, das ist das Masterschwert Anpassender Ort Okay Ich hab das Meisterschwert gefunden Hildenschwert Ja, okay Masterschwert Warte mal Will der das haben? Ist ein anderes Schwert Guck, das ist Okay Ist irgendwie beleidigt Wurde der hier getötet? Oh, shit Oh, shit Der wurde mit nem Riesenhammer gekillt Okay, ähm Okay, dann So viel dazu Ob dich das Schwert da reintun soll? Ich bin halt ein bisschen verwirrt Es wird gesagt, das ist eine Dark Souls Referenz Aber ich bin halt raus Dark Souls Selbst ich kenn das so ein bisschen Aber ich hab's nie gespielt Heldenrolle Äh, Games Äh Sind halt für mich Keine Gute Ich mein, ich müsste nur Elden Ring spielen Ich bin ernst Ich müsste es mal spielen Um gespielt zu haben Aber ich muss sagen Dieses Kampfsystem besteht halt nur aus Rollen und Schlagen Ich weiß nicht, ob ich das als Innovativ Ähm Betrachten würde Bestellungen 5 Okay, wir sollten mal zurückgehen Aber das ist nicht pro Tisch, oder? Jemand war kürzlich hier Da ist die Burg Treasure Okay, warte mal Hä Ich hab aber keine Schaufel, oder so Da ist ein Stein Okay, wir gehen erstmal zurück Okay, so sieht die Welt aus Immerhin scheint anscheinend schon Das alles geregelt worden zu sein Äh, eine Sekunde Äh, hier haben sie einen Globus Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ah, die Taverne ist voll Jo, läuft Okay, Fleisch Bier Okay Äh, Bierzapfen Nee, Fleisch schon Wenn wir gerade Können wir das schnell Auch schon mal regeln Ja, die kommen nicht so ganz hinterher Tatsächlich Wir müssen mal ausprobieren Ob die Pixies Äh Das irgendwie besser hinkriegen Bitte schön, bitte schön Bitte schön Bitte schön Bitte schön Garstige Gäste Wäh, wäh, wäh Prähen die eigentlich auch? Das würden wir gerne wissen Oh Gott Immer Ja Ja, was kann Fleisch Boah, jetzt geht's ab Hier, was ist denn los? Vielleicht desto länger ich die Taverne aufhabe Ich dachte, das ist irgendwie immer Ja, keine Ahnung Oh Gott Ach du Scheiße Ich glaube, ich brauche mal eine Putzfee Das geht doch, ne? Reinigen den Tisch Reinigen den Tisch Nee, ist nur Tja Alter Muss jetzt mal putzen Das geht nämlich so gar nicht Boah, könnt ihr euch nicht vorher die Füße abputzen oder so? Mein Gott Walter Immer das gleiche Immer das gleiche Ich kann halt nur nicht die Suppe zurückkippen Vielleicht geht's ja jetzt mittlerweile Ich muss noch mal Fleisch machen Ich muss noch mal Fleisch bestellen Draußen ist 240, Alter Wir machen mal ja Wir machen das jetzt mal hier Wir pimpen mal den Grill Pimpen mal Grill Äh, pimp mal Red Pimp mal Red Okay, so Okay Nochmal 5 davon Nochmal 15 davon Nochmal 15 Bier Nochmal 6 Pixi-Staub Okay Fleisch Holz Ich würde den Suppentopf irgendwie aufwerten Das wäre super Weil ich kann Ja, wir müssen das gleich mal ausprobieren Das ist wieder so ein Typ, der irgendwas will Drei Fleisch Der oben will auch ein Fleisch Oh, die ist schon wieder Scheiße Hier, 15 Münzen Bitte sag den anderen Hexen, die sollen mich in Ruhe lassen Oh, Toilette verstopft Ja, was du, Kacken Stell ich mir vor, wenn sie da sitzt Und kackt und kackt Schmeiß den Grill ein Wir müssen Fett verbrennen Oh ja So, jetzt erstmal Okay So Okay, Fleisch Wurst Bier Wurst Drei Bier Ich glaube, ich muss die Taverne echt schließen Das wird immer mehr Was wollen wir ja Aber ich nicht Was macht der Kater? Ich raste aus Ja Der liebe Alderman war am Wochenende Kippen Und jetzt Er ist ja nicht mehr verkatert So Okay Das da hin So Machen wir die Tische leer So Und hallo Andi Kochi, Kochi Äh So Jetzt spüli spüli Tausend So So Wurstchen Bier Ich bin immer der Letzte Also was meine alten Tavernen, sag ich jetzt mal, Begehungen angeht Ich bin eigentlich immer derjenige gewesen, der mit dem letzten Besuchs aus den Kneipen rausgekehrt wird Aber der liebe Alderman ist seit gefühlt acht Jahren plus sehr nüchtern geblieben Trinken und YouTube kombiniert sich einfach super schlecht Ich bin halt auch verkatert, echt zwei bis drei Tage nicht zu gebrauchen Aber ich habe das tatsächlich gut überstanden, außer den ersten Tag So, noch ein bisschen mehr Fleisch Das Ding ist, wo ich feiern war Da ist jetzt irgendwo ein Bierglas gewesen Wo mit einem Klebeband der Beste draufgeschrieben wurde Wie auch Ich hätte den Klebestreifen mitnehmen sollen Für andere wäre es ein Relikt gewesen Für andere nur Müll Ach ja So, okay Tun wir mal ein bisschen Wasser in die Suppe So, Bier So, ich glaube jetzt machen die Tavernen aber mal dicht Weil ich muss mal alles mal nachschippen hier So Äh, bitteschön Okay, sehr gut So, das Fleisch kommt mal hin Okay, so Warte, das kann ich immer Zunehmen, zum Ablegen Ob das jetzt mal funktioniert Warte mal Ne, das ist glaube ich gar nicht zum Abstellen Gut Okay Ähm, verbessern Grill 3 Verbesserung der Arbeitsplätze Mehr Geschirr Weinfass Inventar Pass auf, 100 Und das sind 200 So, dann haben wir das jetzt Ich will diesen blöden Tisch machen Das gibt's doch nicht Oder den blöden Kochtopf pimpen Haben wir das jetzt mal hier Weinfass Äh, Käse Käseregale Käserregale Feenhelfer Neues Tablett Äh, Feenhelfer Spüle Neues Tablett Weinfass Inventar Käseregale Feenhelfer Level 10 Meine Möbel haben eigentlich genug Die sollen bloß alle wieder gehen Pass auf, jetzt machen wir mal 26 Bier 22 Würste Nochmal 10 Suppensachen 15 Fleisch Nochmal 6 Feenstaub Okay Äh, ja Oh Gott, der will immer noch einen Bier Das ist der Globuli Käse Käse Okay So, jetzt müssen wir Erstmal ein bisschen vorproduzieren hier Jetzt gucken wir mal Der ist hier aus Der ist auch aus Ne, der läuft noch Solange der läuft Müssen wir den jetzt schon Schnibbeli, schnubbeli Da ist der Angriff neben Nochmal? Ne, okay Jetzt haben wir das Jetzt Suppen Ist noch Suppe da Ja 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 So. Ne, zurück geht das immer noch. Es geht immer noch nicht. Verstehen Sie, warum die das nicht machen? Ich verstehe das nicht! So, Fleisch haben wir noch. Oh, ne, ne? Raus hier! Weibs Volk! So. Ist der Weibs Volk angewiesen? Nein, 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 nein. Habt ihr das Lachen gehört? Okay, Suppe. Alkohol. Es hat tatsächlich keinen Platz mehr, um das alles abzustellen. Komm, gehen wir mal schlafen. Schön schlafi, schlafi machen. Ein neuer Morgen und nichts hat sich geändert. Aber jetzt muss ich leider die Folge hier beenden, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Ach, guck mal, das hat das gespeichert, wo ich war, glaube ich. Ne, hat's nicht. Bis zur nächsten Folge. Ihr seid die Besten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen anlassen. Das hilft mir sehr. Und bis dahin, wir mal. Haut rein, Leute. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.